Trifon Noir ist dieses Jahr fünf Jahre alt geworden und das wollen wir feiern. Aber jetzt irgendwie sechs Tracks lang wie heute Abend. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Experiment. Mit einer großen Veröffentlichung der besonderssten und schönsten Momente, die in diesen fünf Jahren passiert sind. Ich mag wirklich die Intuitivität und die Art, dass die Guitare ein Teil von deinem Körper ist. Das war vielleicht das schönste, was jeder schon gesagt hat, ist das Bandsband. Ich bin jetzt fertig. Die Bands entwickeln für die Show oft eigene Arrangements, die speziell darauf abgestimmt sind, für dieses Theaterpublikum ganz leise, ganz fein. Die Art, die ihr Tune ist unorthodox, aber sehr schön. Und da entstehen dann von Songs, die man aus dem Radio ganz anders kennt, oft ganz spezielle, ganz besondere Versionen. Wir haben uns für Crowdfunding entschieden, weil wir haben jetzt über fünf Jahre ganz viel mit euch zusammen gemacht und fanden es ganz stimmig, dann auch dieses Jubiläum mit euch zusammen zu begehen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und viel Spaß mit fünf weiteren Jahren. Das ist ein sehr schönes TV-Show. Das ist ein sehr schönes TV-Show. Das ist ein sehr cooles TV-Show. Das ist ein sehr schönes TV-Show.